Du, weil die Mutter was zu essen haben, wenn du noch rücken willst, dann musst du ja nach Hause fahren. Ja, ich muss nicht mehr, wenn du in die Küche steckst, dann selber viel. Der Unterschied zwischen seinen Eltern dem Haushalt helfen, die Eltern auch alle alleine machen, ist immer noch was. Ey, aber... Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Boah, das musst du mir direkt schicken. Boah. Boah, ne, schau mal rein, du wirst das auch mal frei. Buh, bitch. Ja. Sobald er seinen Eltern aufwesst, schau sich nicht auf. Ja, ja, bedankt. Also, wenn ich mal schon... Aber der Griegel ist auch... Hitlerlisch. Der ist geizig, aber der ist voll geil. Ja, bei Boca. Boah, wie der Philipp abgeht. Das war besser. Oh. Boca. 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 1,2,3,3,4